Ein weiteres bewegtes Jahr geht zu Ende. Die Weihnachtszeit bietet Gelegenheit, einmal innezuhalten, Kraft zu schöpfen und den Blick auf das Wesentliche zu richten. Viele Herausforderungen des letzten Jahres haben wir gemeistert. Einige Probleme sind uns geblieben, denen wir uns im nächsten Jahr mit neuer Energie stellen wollen. An dieser Stelle möchte ich all denen danken, die uns geholfen haben, die vielfältigen Probleme in und um die Stadt Borna anzugehen. Ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die uns mit Verständnis und Vertrauen begleitet haben und möchte um selbiges werben. Hoffmann von Fallersleben hat einmal gesagt, wir sehen aufs alte Jahr zurück und haben neuen Mut. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Die Zeit ist immer gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine fröhliche Weihnachtszeit. Genießen Sie die Festtage mit guter Laune und voller Energie.